einen wunderschönen guten morgen liebe zuschauer herzlich willkommen zum dax check der dax gestern im hoch bei 16.450 zählern etwa hier sehen wir es irgendwo 54 55 und am ende hat es aber nicht ganz gereicht die gewinne zu verteidigen am ende waren es sieben pünktchen die er dann zugelegt hat auf 16.404 klar die luft wird dünner viele anleger fragen sich ist jetzt schon vielleicht alles eingepreist was man an zinssenkungen erwartet hat oder ist da noch luft nach oben auf jeden fall man merkt dass eben hier große nicht zweifel sind aber doch überlegungen die anleger nicht euphorisch sind das keineswegs aber sie sind aber auch nicht ja bearish das kann man natürlich auch feststellen gestern waren mal wieder die medizin technik firmen vorne dran merk und kia gehen mit kurs gewinn hannover rück auch wieder gut unterwegs genauso wie monovia die zinsen gehen zurück die marktzinsen und entsprechend profitiert davon der immobilienmarkt die größten verlierer mtu nachdem die aktie schon über 190 war siemens selten ist gegenteil zu merk und zu schon wieder vergessen covestro gewinn mitnahmen nachdem wir über die 50 euro sind brenntag da kommen wir gleich drauf und auch bei bayern werde ich gleich ein paar worte verlieren schauen wir mal auf den dax der dürfte schon gestartet haben 16 4 11 ja das sind das sind märkte das macht spaß ne spaß beiseite der dax hält sich auf jeden fall sehr stabil nachdem wir 1700 punkte zugelegt haben ist eine verschnaufpause auf der nächsten stufe sicherlich nicht schlecht bevor er möglicherweise dann die letzten meter zum allzeithoch hier bei 16.528 geht 16.000 natürlich jetzt als unterstützung nachdem sie ja längere zeit als widerstand gegolten hatte jetzt eben die marke die man auf der unterseite beachten müsste wenn man genau hinschaut haben wir da in diesem anstieg noch ein kleines gap offen hoffen wir mal dass es nicht gleich geschlossen wird sondern dass wir möglicherweise mal noch das allzeit hoch herausnehmen auch im ja zwei jahres char das gleiche bild hier wunderschön fahnenstange so langsam da müssen wir schon zugeben dass eine verschnaufpause durchaus gesund wäre selbst wenn wir hier noch mal in den bereich von 16.000 zähler gehen würden kommen wir zu den themen die heute möglicherweise interessant sind bei bayern gab es gestern einen einen ersten funken hoffnung ein vorstandsmitglied hat für um die 250.000 euro eigene aktien gekauft das hat zumindest dazu geführt dass wir nicht nach unten durchgerutscht sind trotzdem die aktie natürlich ein ein trauerspiel 30 euro mittlerweile die auch aus psychologischer sicht natürlich als unterstützung fungiert aber es muss natürlich mehr passieren als ein insider kauf ein einzelner wenn da die ganze vorstandsliege jetzt mal kaufen würde hätte schon mehr gewicht als eben vereinzelt da ein paar stücke vor allem bei dem gehalt was die manager da bekommen ist das nicht mal ein monatsgehalt was da investiert wurde also von daher darf man das jetzt auch nicht über bewerten es braucht eine klare ansage von bill anderson dem neuen vorstand was da jetzt kommt wird man jetzt sich aufspalten oder wie er es oft schon gesagt hat will man sich darauf konzentrieren die einzelnen bereiche eben ja zu neu zu strukturieren neu aufzubauen muss man mal abwarten wie die weitere strategie ist und solange diese unsicherheit da ist wird sich wahrscheinlich auch die bayern aktie nicht vom fleck bewegen renntag heute mit kapitalmarkt tag man hat eine aufspaltung vor die transformation hin zu zwei unabhängigen eigenständigen globalen geschäftsbereichen einmal essentials und einmal specialties und ja wie das ganze aussehen soll wird man heute möglicherweise im laufe des tages noch bekannt geben es gibt einmal kosten in höhe von 450 bis 650 millionen euro die das sparprogramm und eben die entflechtung nach sich ziehen und man hat auch die mittelfristigen ergebnisziele finanziele konkretisiert dazu mehr dann auch auf unserer homepage die aktie ist im vorbörslichen handel ja sehr schwankungsfreudig unterwegs sage ich mal erste minus zuletzt das wurde mir kurz vor der sendung noch zugerufen plus wir schauen gleich mal drauf die aktie zuletzt sehr stark unterwegs gewesen möglicherweise auch im hinblick auf auf die auf den kapitalmarkt tag und es ist ja oft so wenn dann die nachrichten rauskommen dann ist es oft mal so dass gewinne mitgenommen werden weil eine aufspaltung grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt ist die die einheiten sind schlanker flexibler schneller können schneller auf marktgegebenheiten reagieren oftmals werden auch stille reserven gehoben also grundsätzlich ist eine aufspaltung immer ganz positiv aber die letzten tage haben schon gezeigt dass da ein bisschen ja gewinnmitnahmen oder auch unsicherheit je nachdem wie man das sehen will vorherrschen und die aktie eben etwas schwächer tendiert hat kontinental auch gestern ja neue mittelfristziele rund 51 bis 56 milliarden umsatz will man eben da erreichen eine ebit marge eine bereinigte ebit marge zwischen acht und elf prozent man hat auch den korridor für die dividenden erhöht was natürlich für die anleger durchaus positiv ja ist und man konzentriert sich bei conti tech auf das industriegeschäft die analysten sehen das ganze sehr gemischt ich habe mal reingesehen die kursziele liegen zwischen 67 und 94 euro und ja die aktie ja mehr oder weniger in der mitte wir sehen hier dass die anleger auch gestern sehr unschlüssig waren was sollen sie mit den nachrichten machen wichtig wäre natürlich jetzt mal das ganze nüchtern betrachtet wenn wir hier dieses hoch herausnehmen positiv ist die entwicklung der letzten tage und wochen seit ende oktober wie auch der gesamtmarkt hat auch kontinental sehr gut zulegen können sogar ein bisschen stärker als der dax und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen dass die pläne bei den anlegern weiter sehr gut ankommen wichtig wie gesagt wenn wir hier über die 74 gehen mehr dazu auch von meinem kollegen jochen kauber der steckt da tiefer in der materie drin aber der ist jetzt auch nicht so bearish was kontinental betrifft sondern eher ja sieht es genauso dass wir so in dem bereich 75 bis 80 durchaus luft haben nach oben rwe hatte kapitalmarkt tag das jetzt schon ein paar tage her wir sehen sie auch die aktie seitdem auch von analysten immer wieder sehr positiv eingestuft und jetzt sind wir eben drauf und dran die 40 euro marke zu überwinden das wäre natürlich schon mal ein wichtiger schritt kursziele teilweise von 55 bis 58 euro also deutlich höher man will viel investieren klar das kostet geld aber auf der anderen seite kommt natürlich auch einiges rein und rwe wenn ich mich da mit meinem experten kollegen maximilian völkl unterhalte der ist weiterhin sehr positiv gestimmt für die rwe aktie und deswegen trauen wir rwe zu eben dieses dreieck nach oben aufzulösen und dann ja durchaus in den bereich 48 bis 50 weiter zu laufen allerdings natürlich erst im neuen jahr also so schnell geht es bei einer rwe natürlich nicht aber trotzdem bleibt die aktie auf jeden fall auf unsere empfehlungsliste sap da gab es noch mal eine kursziel anhebung auch hier nach den zahlen von der ubs von 140 auf 168 euro die das rating natürlich bestätigt von bei bei die aktie vorbörslich etwas unter druck auch hier muss man sagen gewinn mitnahmen völlig gesund wenn wir uns den kursverlauf anschauen wir sind auf einem neuen rekord hoch sind jetzt hier seit ende oktober von knapp 120 auf 146 euro gestiegen also mehr als 20 prozent deutlich stärker als der dax dass die aktie jetzt mal luft holen muss völlig in ordnung aber da ist noch weiteres potenzial drin ich habe mich in der letzten zeit sehr oft auch im print magazin dazu geäußert was sap so spannend macht da verweise ich einfach jetzt mal auf den aktionär und ich sehe die aktie durchaus positiv auch für das kommende jahr obwohl die aktie jetzt so stark gelaufen ist ungewöhnlich stark nach der ganz langen zeitwärtsbewegung zwischen 120 und 130 euro ist jetzt eben der knoten geplatzt die aktie raus und selbst wenn sie ein bisschen korrigiert sind dass er dann kaufkurse dann haben wir noch zum reis die habe ich deswegen dabei weil sie einfach ja es immer weiter immer kleine schritte nach oben macht sie sehen schön den greppenförmigen verlauf in den letzten wochen zuletzt die waren die zahlen von ultra beauty durchaus ein katalysator für simrace das unternehmen hat seine prognosen angehoben weil man sagt die nachfrage nach düften würde eben ja zulegen und das bei bei düften denkt man sofort eben an simrace die hier weltweit ein großer konkur oder wettbewerber sind man hat jetzt hier die marke von 100 euro zurückerobert und das nächste ziel da fehlt jetzt leider der ganze das ganze jahr das liegt bei 110 euro und mit einem scheinchen kann man da durchaus darauf spekulieren dass wir diese diesen widerstand auch in dem ja wahrscheinlich noch anlaufen werden kommen wir zu den kursen wir sehen dass die allianz sehr stark unterwegs ist das freut uns weil wir das im hebeldepot auch aktiv sind mittlerweile bei 236 85 das ist ein plus von über zwei euro im vergleich zum vortag bayern offensichtlich können die insidertransaktion oder die insidertransaktion nicht das bewirken was wir uns da erhoffen die brenntag 77 54 also das ist der bereich wie schon gestern da macht der kapitalmarkt tag im moment zumindest noch nicht das aus aber ich denke mal dass da noch gespräche heute laufen und vorträge und die möglicherweise dann bewegung in die aktie kommt auf jeden fall sollte man das im auge behalten konnte nach den nachrichten von gestern auch hier eher ja ruhiger handel ansonsten schauen wir mal durch die telekom weiterhin sehr sehr fest also das ist schon sehr beeindruckend wie stabil sich die aktie jetzt in den letzten wochen und monaten entwickelt auch eine eon mittlerweile bei 1205 ich erinnere mich da an diesen call option schein mal den wir empfohlen hatten der ist mittlerweile 40 45 prozent vorne schauen wir auf die zweite tafel nur das ist ja schön okay da auf die rechten können wir nicht schauen aber wir schauen den den baum uns gerne mal kurz an auf der linken seite haben wir denke ich mal soweit ich das überblicken kann keinen wert mehr was ich sehe munich re 392 also auch da geht es mit den rückversicherern weiter nach oben auch die hannover rück entwickelt sich sehr gut ansonsten schauen wir mal auf die kurse hinten das müsste summery sein da pendeln wir um die 104 auch eine rheinmetall ja wieder sehr stark unterwegs da fehlen nur noch zweieinhalb drei prozent bis zum rekord hoch von 292 293 ansonsten hatten wir noch sap 146 86 also die aktiebomben fest im markt genauso wie die siemens die bei 157 80 steht also auch hier eine sehr sehr positive entwicklung und kollege weiß hat es heute morgen schon angesprochen die bonovia die ist sehr gut unterwegs mittlerweile ich was ich da gesehen hatte 27 euro 10 besser kann es nicht laufen die aktie steuert auf das jahres hoch zu wir sind dabei im hebeldepot schauen sie doch da mal rein dax habe wundert mich jetzt nicht dass er weiter zulegen kann nachdem ich die einzelnen kurse gesehen habe 16 4 23 also 105 zähler sind es 107 bis zum rekord hoch ich denke dass wir das in dem ja auf jeden fall noch schaffen können die in die termine erzeuger preise durchaus spannend in der eurozone im oktober im vergleich zum vorher minus 9,5 prozent wird hier erwartet dann der ism index für den dienstleistungssektor auch das nicht uninteressant für november wir sehen werte über 50 sind weiter positiv und dann noch offene stellen hier um 16 uhr aus den usa scholz habe ich so noch nicht gelesen muss ich mich mal schlau machen also das war es von meiner seite ich wünsche ihnen gute kurse würde mich freuen wenn sie morgen wieder einschalten um 9 uhr live zum dachstück bis dahin alles gute